TÜBEGRAM EXTREME Hey was geht TÜBEGRAM Productions hier und willkommen bei einer neuen Folge von TÜBEGRAM EXTREME EXTREME Und heute machen wir die CINNAMAN Challenge CINNAMAN Die sieht jetzt sehr frisch gekauft Ja sieht man schon Frisch gekauft von CINNAMAN Und ja viel Spaß beim Video Viel Spaß beim Video EXTREME Ist das nicht zu viel? Warte ich verteile Ok wir machen jetzt CINNAMAN Challenge auf 3 1 2 3 EXTREME Was wenn die Also mach ich immer wieder gern, also hat mir Spaß gemacht, und hier, halt's mal, tschüss, der Boden ganz sauber, und ja, das war's von der Challenge, Cinema Challenge, wenn ihr noch mehr so welche Challenges sehen wollt, dann liken, abonnieren, kommentieren, und teilen, Bis zum nächsten Mal von Tupeman, Tupeman Xtreme, und like to the Facebook-Seite.